Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Happy Wills, da spielen wir immer eure Level und beginnen mit klein aber fein 15.0 von X-Dämon. Hey Baum, hier ist ein neues Bild, aber ich wollte gucken ob du es gut findest, weil ich vielleicht dann daraus ein Level bauen werde. Nur wenn es dir gefällt. Ja, sieht episch aus. Mach auf jeden Fall ein Level daraus. Ja, sollst du. Äh, das sieht man schon, dass das viel Aufwand war, aber mach auf jeden Fall ein Level daraus, da bin ich sehr gespannt drauf. Also es sah extrem geil aus, muss ich sagen. Ähm, Freeze von Mr. Unbekannt, den Rest hatten wir schon. Äh, Hi Baum, ich hab mal ein Freeze Throw probiert. Dies ist das erste Mal, dass ich das A-Tool verwende, also sei bitte nicht so streng, viel Spaß. Okay. Boah, der benutzt des A-Tools ist jetzt, äh, das ist jetzt gar nicht so viel benutzt. Moment. Ein bisschen hier bei der, da wo ich drin stehe, das ist auch gut geworden auf jeden Fall. Ach, komm, ein bisschen weiter rund. Ne, nicht so weit nach unten. Das sollte, sollte passen. Jawohl. Und. Boah, der hat uns fast noch gekillt. Also, das wäre jetzt echt unfair gewesen. Ja, war solides Freeze Throw. Äh, vier Sterne. War solide. Geht aber auch noch mehr die Seiten oder irgendwie zwei Stages oder so, kann man ja auch mal machen. Oh, von Eier aus HD. Hey Baum, ich hab nicht viel zu sagen, aber ich hab eine Frage. Wie alt bist du, wenn man fragen darf? Ich bin 15. Mit freundlichen Grüßen, Eier aus HD. Okay, ähm, zwei Sekunden warten, sonst fallen deine Arme ab. Okay, hab ich gemacht. Oh, jetzt sind meine Arme abgefallen. Obwohl ich gewartet hab. Wahrscheinlich ist das random. Oder bin ich aber ein bisschen zu weit geflogen. Ist aber egal. Ich komm trotzdem hier dran. Also das Design ist jetzt nicht so, nicht so besonders gut. Aber das ist ja nicht so schlimm, wenn das Gameplay richtig gut ist. Äh, dann ist mir das egal. Oh, jetzt hab ich wieder keine Arme mehr. Ah, ist ein bisschen blöd mit den Armen. Nochmal. Nur einer ist abgebrochen. Jetzt schon mal ein Fortschritt. Jetzt der andere auch abgebrochen. Wunderbar. Perfekt, so mag ich das. Vielleicht hättest du die Abstände ein bisschen kleiner machen sollen. Dann brechen die Arme ja auch nicht ab. Nein, daneben. Verdammt. Schaff ich das noch? Ja, wunderbar. Wieder ins drehende Ding. Das andere drehende Ding. Und noch ein drehendes Ding. Und dann sind wir an der Stelle, wo ich beim letzten Mal mir die Arme gebrochen habe. Dieses Mal nicht. Perfekt. Das ist doch nicht wahr. Was hast du denn gemacht? Noch ein Versuch. Allerletzter Versuch aber. Ja, aber es liegt ja an Bugs, dass ich sterbe und nicht an meiner Inkompetenz. Glaube ich jedenfalls. Ähm, insofern gebe ich dem Level jetzt noch einen Versuch, weil das könntest du durch kleinere Abstände oder anderes fixen. Das schaffe ich niemals. Nein. Ähm, ich noch voten. Ähm, drei Sterne. Also es hat nicht richtig funktioniert. Gut, es liegt vielleicht an dir, vielleicht auch an mir. Und das Design war auch nicht so besonders. Also, ja. So, also zwischen drei und vier. Dein Ernst. Wahrscheinlich sind wir auch die Arme gebrochen. Ähm, wenn du ein Level einreichst, das nicht so einfach ist, dann mach ein Replay. Äh, das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Die Höhle fix hatte ich auch schon. Also geht's weiter mit Fatwoman von Huntem. Willkommen zum vierten Teil meiner Reihe. Ich hoffe, ihr habt Spaß und good luck. Die Reihe fand ich ja sehr cool. Warum macht die eigentlich immer so Geräusche, während sie fährt? Das hab ich noch nie verstanden. Okay, sieht auf jeden Fall auch wieder sehr geil designt aus. Ich glaub, ich muss da rein. Oh, da kommt ein Aufzug. Aber ich steh leider nicht richtig. Okay, ich hab's trotzdem geschafft. Wieder sehr schön designt. Du hättest die, äh, Plattform auf Fixed Angle stellen können. Das kann man ja bei der Gruppe einstellen. Dann würdest du sie nicht so rumwobbeln. Äh, möglichst gerade fahren, dann Z. Ich weiß nicht mal, ob man das im Video liest. Lesen kann. Z. Hat funktioniert, aber ich steck hier so ein bisschen blöd drin. Hallo? Lass mich hier raus. Ich hab keine Arme mehr. Ach, verdammt. Muss ich wohl nochmal machen. Warum ist er nicht gesprungen? Irgendwas ist hier gerade verpackt. Ich versuch zwar zu springen, aber gerade eben hat's nicht funktioniert. Jetzt geht's wieder. Auf jeden Fall wieder... Das Leveln ist auf jeden Fall cool. Also wenn die Gruppe auf Fixed Angle stehen würde, würde es nicht so rumwobbeln. Ah, man kann die selber steuern. Das ist natürlich nice. Jetzt hab ich mir meine Arme dabei abgebrochen. Und komm trotzdem nicht durch. Nice. Ein Versuch noch. Sonst raste ich hier wieder aus. So, da kommt der Aufzug. Drehen sich wieder die Zahnräder. Ne, aber ich wundere mich wirklich, warum die Mutti immer so komische Geräusche von sich gibt. Das war auch nichts. Aber ich bin durchgekommen. Z. Wunderbar. Geschafft. War trotzdem wieder ein Fünf-Sterne-Level. Hat mir wieder sehr gut gefallen. Äh, weiter geht's. Was haben wir als nächstes hier? Blue von Mr. Fabian. Erbaum und andere haben nur eine Frage. Würdest du sich selbst als Nerd bezeichnen? Nein. Eigentlich nicht. Ähm. Ne, Start-A-Level. Wir skippen den Wrecking Ball mal nicht. Ähm, ich sitze zwar recht viele Stunden täglich so vorm Computer, aber ich würde mich jetzt eigentlich trotzdem nicht als Nerd bezeichnen, weil ich mich damit vor allem auch gar nicht auskenne. Äh, weil... Also ich kenne mich mit Happy Wheels aus und mit den Spielen, die ich spiele, aber mit Computern und so. Ähm. Ja, kenne ich mich gar nicht so aus und programmieren oder so könnte ich jetzt auch nicht. Und, äh, das sehe ich so als typisch für einen Nerd, also... Go up to the question mark. Was? So much you get as many blocks walk away. Ah. Fünf. Kann ich noch mehr? Oh. Ich glaube, das war schlecht. War das jetzt sch... War das jetzt, äh... War das jetzt schlecht, dass ich eine hohe Zahl gefunden habe? Wahrscheinlich, oder? Ich dachte jetzt irgendwie, das wäre gut. Hab mich gefreut. Also geh ich jetzt hier ins... Ah, lass mich hier durch. In gar keinen Zwein, wenn das geht. Ne, geht nicht. Was ist denn hier? Eins. Wunderbar, dann haben wir nur eine Mine frei. Up or down, ich geh... Achso, ich muss das Wort behören. Down. Da sind nämlich nur Erroganz und oben deren Harpunen gewesen. Und da ist der Victory. Äh, sehr schönes Level. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ganz... Auch ein paar ganz neue Gameplay-Elemente drin, die ich nicht kannte. Und... Ja, war genial. Links-rechts von EarlyLP. Hey Baum, ich hab dir mal wieder ein Level gebaut. Ist ein reines Gameplay-Level, deswegen bewerte ich nicht, dass sie sein. Sehr schwer, aber machbar, wenn du gut in links-rechts bist. Das bin ich ja, denke ich. Also viel Spaß beim Spielen. Liebe Grüße, dein Milan. Ein links-rechts-Level, das ist Fliegst du einfach nach oben. Ja gut, das hab ich ja selber schon mal gemacht. Damit kenne ich mich ja aus. Shift. Das Baby, äh... Ist ja auch sehr... Äh, ein großer Ballast. Oje. Jetzt komm ich hier schlecht hoch. Einmal hier hoch. Bis in die rote Zone muss ich, hast du gesagt. Okay, hab ich geschafft. Hier nach rechts. Achso, das war's noch gar nicht. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass jetzt schon der Victory kommt. Step 1. Jetzt musst du es schaffen, langsam nach unten zu kommen, ohne zu platzen. Oder dich sonst wie zu beschädigen. Ich versuch's. Ja, ich hab nichts... Äh, mir nichts gebrochen. Äh, man... Wie man sieht, hast du es bis hierhin geschafft. Ich bewundere deine Künze. Doch, ich stelle dich nun noch einmal auf die Probe. Jetzt musst du einen Parcours bewältigen, welcher nur mit links-rechts-Haktik schaffbar ist. Viel Glück. Okay. Oh. Muss ich hier einfach hochfliegen. Das ist natürlich kein Problem. Jetzt ist sogar noch mein Korb weg. Das heißt, ich bin noch schneller. Nochmal. Nein! Nein! Oh nein, da drehe ich mich einmal zu weit nach vorne. Oh man, das Level ist so lang. Ich benutze jetzt die Wand als Hilfe, damit geht's noch schneller. Ich hab's ja beim ersten Mal ohne Wand geschafft, glaube ich. Äh, das heißt, ich hab meine vollen Skills ausgenutzt. Mann, warum hast du denn da einen Block hingebaut? Ist ja richtig mies von dir. Ich hab's trotzdem geschafft. So. Jetzt versuchen wir hier mal, einen Teil zu überspringen. Geht nicht. Verdammt. Du hast natürlich einen Überspringsschutz eingebaut. Okay, ich bin noch nicht tot Einmal hier hoch, bitte Das ist doch nicht wahr Oh, ich kann mir auch kaum vorstellen Es war aber ein geiles Level irgendwie Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass es jemand geschafft hat Nicht mal er selber Er hat aber den Victory vergessen Und ansonsten hat er es wohl geschafft Dann gucke ich mir sein Replay an Ach, das wummt mich jetzt schon ein bisschen Dass ich so ein Links-Echts-Level nicht gesch... Okay, es ist nicht accurate Irgendwie reizt es mich, das jetzt nochmal zu probieren So, noch einmal Ach, nee, nochmal, bitte Das war nichts gerade Nach oben Falls ihr die Links-Rechts-Tag-Dich nicht könnt Muss es gar nicht unbedingt an euch liegen Das wissen auch manche gar nicht Sondern die Tastatur ist sehr entscheidend Für die Links-Rechts-Tag-Klinge Wenn man hohe Tasten hat Also so Gaming-Tastaturen meistens Funktioniert es gar nicht so gut Man braucht eher so eine Tastatur mit flachen Tasten Also so eine Büro-Tastatur ist besser für Links-Rechts Ich kriege es jetzt nicht mehr hin Ich mache jetzt auf jeden Fall weiter Ich habe jetzt zu viel Zeit damit verschwendet Deshalb geht es weiter mit Vorsicht von Fresh Up Hier gibt es unsichtbare Blöcke Grüße mich, please Schöne Grüße an Fresh Up Okay, unsichtbare Blöcke Ich wusste es Bin ich richtig? Wahrscheinlich Die Blöcke hier sehe ich sogar Ich glaube, da hast du einen falschen Farbton genommen Hier sehe ich sie nicht mehr Hier musste ich bestimmt nicht runter Ach man Aua Irgendwie fehlt mir hier so ein bisschen was Also das Design ist nämlich sehr sehr Was ist das denn? Das Design ist nicht besonders gut So ein bisschen Ein bisschen was fehlt da Also das Level ist jetzt Vom Konzept her ganz interessant Aber Naja Ich finde es jetzt irgendwie nicht so geil Aber hier ist der Victory Ja, drei Sterne kriegt Das war zwar eine neue Idee Aber es war irgendwie Ja Ein bisschen merkwürdig Ich weiß nicht Ich kann es nicht so richtig beschreiben Und Design war auch nicht so gut Aber trotzdem passt Drei Sterne, ja Ist okay Das schaffe ich glaube ich noch in der Folge Zweites Level Von Nette Welt Ey, warum mein zweites Level Kannst du bitte meine beste Freundin Emily grüßen Sorry, dass es so kurz ist Okay Danke, dass du das Level spielst Bitte bewerten Viel Spaß Auf jeden Fall schon mal sehr schönes Design Ich warte hier mal Jetzt durch Boah, er hat mich trotzdem erwischt Obwohl ich links rechts gemacht habe Jetzt über die Arrow Guns Hier sieht man auch schon Wunderschön die Tipps befolgt Mit den Farbverläufen auf den Blöcken Sehr gut In die Höhle Und das war es schon Ich hoffe es hat dir gefallen Was ist denn hier passiert Okay War es mein zweites Level Sorry, dass es so kurz war Instagram Jojo Jolina Okay Ja, ich fand es sehr schön Muss ich echt sagen War Ja, viereinhalb Sterne Oder so Wert Ich habe dir jetzt mal 5 gegeben Ja, hat mir gefallen Und das wäre es auch für diese Folge gewesen Ich hoffe euch hat das Video gefallen Wir sehen uns beim nächsten Video Bis dann Tschüss Bis entonces Tschüss